Heute ist der 5. Dezember. Hier ist wieder Axels WhatsApp Adventskalender. Öffnen wir nochmal das heutige Türchen. Oh, was ist denn in dieser Schatulle? Eine Mondharmonika, ein traditionelles Musikinstrument, zu musizieren, zum Spaß haben. Da müsst ihr nur reinblasen oder einziehen und schon kommen Töne heraus. Es macht Spaß an kalten Winterabenden oder am heiligen Abend. Probiert es aus, so schwer ist es nicht.